Hey, schau mal, das ist ein Theater. Da können wir heute Abend hingehen. Ah ja, cool. Hier im Justus können wir vorher essen gehen. Das klingt super. Welches Zimmer nochmal haben wir? Wir haben die 21. Ein Schugurriegel auf die 21, bitte. Mache ich. Danke. Hallo. Hi, grüßt euch. Magst du mir den Schlüssel fürs Fitnessstudio geben? Klappe hoch und viel Spaß. Alles klar, danke dir. Bis später. Ich habe euch gestern im Theater gesehen. Hat es euch gefallen? Ja, war echt super. Ja, sehr cool. Dann will ich dich auch nicht weiter aufhalten. Schönen Tag dir noch. Bis bald. Mach's gut, ciao. cool, psycho. Schönen Tag